Keine Überraschung, nach den Variables und Tablets, jetzt nochmal günstige Einsteiger-Smartphones. Nichts berauschendes, aber der Preis ist interessant. Schaut zu! Das stärkste der neu vorgestellten Low-End-Smartphones ist das Huawei Ascent Y635. Vorbaut haben wir hier ein 5-Zoll-Groß-Display mit 854x84 Pixeln und einem Qualcomm Snapdragon 410. Also schon 64-Bit fähig, dazu noch 1 GB RAM und 8 GB Speicher. Ist also erstmal recht basic ausgestattet, 2000 mAh Akku. Aktuell noch Android 4.4 sowie die aktuelle Emotion UI 3.0, also die aktuellste Version der eigenen Oberfläche. Läuft ganz gut, wie ich finde. Ist eben recht günstig ausgestattet, wird auch nur 149 Euro kosten und kommt dann März, April auf den Markt auch in Deutschland. Die Kameras beim Y635 schaffen dann nur hinten 5 Megapixel und Phone 2 Megapixel. Was ein bisschen verwirrend scheint, denn das nächst kleinere Modell ist das Y625. Das ist von der Ausstattung recht identisch eigentlich. Gleicher Chip, gleicher Akku. Hat allerdings nach wie vor Android 4.4 mit aber der alten Oberfläche Emotion UI 2.3 Light. Kommt aber dafür mit einer 8 Megapixel Kamera hinten, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt gerade eben. Aber ansonsten haben wir auch hier wieder so eine strukturierte Rückseite und auch nur 4 GB Speicher. Sind natürlich trotzdem alle noch per Micro SD erweiterbar. Wird ebenfalls März, April kommen und kostet aber nur 129 Euro, also 20 Euro weniger. Das ganze Modell der neu vorgestellten Handys ist das Huawei SNY3. Ich begrüße den etwas unkomplizierten Namen, aber die Ausstattung hält sich leider sehr an Grenzen. Wir haben ein 4 Zoll Display mit 800x480 Pixeln, auch mit einem sehr günstigen TN Panel, also die Blickwinkel sind gar nicht mal so stark. Kommt bei uns mit einem MediaTek Quad-Core Prozessor, sowie 512 MB RAM und 4 GB Speicher. Der Akku fällt mit 1730 mAh für die Größe eigentlich noch ganz akzeptabel aus. Hinten 5 Megapixel Kamera, ganz versteckt hier mit zwei LEDs als Blitz immerhin, sowie vorne einer 2 Megapixel Kamera. Laufensilie des Android 4.4, muss auch sein wegen der geringen Performance, sowie wiederum die aktuelle Variante der Emotion UI 3.0 Light. Die Ausstattung ist natürlich nicht berauschend, aber dafür muss man eben auch den Preis im Auge behalten. Gerade mal 79 Euro soll das Foto-Stück kosten, kommt auch März, April in den Handel und könnte damit gerade für einen Checker doch sehr interessant werden.